Hey, meine Damen und Herren, wir befinden uns auf einem SAS-Blog, genauer gesagt auf einem Among Us One-Blog in Minecraft. Und mithilfe dieses einen Blockes müssen wir heute Minecraft komplett durchspielen. Der hat auch so kleine süße Beine, guckt euch das mal an. Also das ist nicht Skel, das ist auch nicht Airship. Ich glaube, das ist... Ähm... Oh, diese andere Map da, aber da ist so ein Garten, das kann nicht Skel sein. Nein, das ist dieses Mira-Hauptquartier, müsste das sein. Wir müssen die Mira-Hauptquartier-Arten besiegen, Leute, das schaffen wir nur mit der Kraft der Likes. Aber darum soll es gar nicht gehen, denn ganz kurze Ankündigung in eigener Sache. Der offizielle Ampelkrieger-Hoodie ist erschienen. Checkt also gerne den Link in der Videobeschreibung ab, banks.shop, erste, zweite, dritte Zeile. Und bestellt den offizienten Ampelkrieger-Merch-Hoodie vor. Wenn ihr natürlich zum Ampelkrieger-Clan gehören möchtet, da würde ich mich sehr, sehr freuen. 40.000 Leute haben in der WhatsApp-Gruppe gesagt, dass sie zuschlagen wollen. Also bin ich aber sehr gespannt, ob das passt. Genug über den Ampelkrieger-Hoodie gequatscht. Wir beginnen und bauen das ganze gute Ding jetzt hier mal ab, den SAS-One. Dieses Video wird SAS in 3, 2, 1... Meeting! Among Us Meeting wurde eingerufen. Okay, es hat sich erstmal pauschal nichts geändert. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Okay. SAS-Meter. Okay, das SAS-Meter ist... Okay, was haben wir hier? Imposter-Helm. Du bist jetzt der Imposter. Eliminiere andere Crewmates, sodass dein PC wird zerstört. Ähm. Oh mein Gott. Okay, wir sollten irgendwie, glaube ich, den Weg zu diesem Raumschiff finden. Ich denke, das wird uns irgendwie weiterhelfen. Wir machen mal weiter. Oh Mann, ey. Ich habe einen Cobblestone. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Eine Hacke. Die bringt mir, glaube ich, gar nicht so viel. Ein SAS-Head. Okay, ist aber nicht so interessant, glaube ich. Brauchen wir nicht. Wir machen weiter, 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 weiter. Wir müssen ja echt schauen, dass wir möglichst schnell in dieses Raumschiff kommen. Oder wir machen erstmal so eine... Oh ja, eine Spitzhacke. Oh ja. Ein Imposter-Messer. Eine Waffe ist definitiv nicht verkehrt. So, wir machen erst... Das ist Sand. Ah, das hält aber. Und zack. So, jetzt haben wir zu dem. Das ist erstmal eine kleine Plattform um unseren SAS-Block. Okay, let's go. Okay, wir haben Rüstung. Wir haben zwei Dia-Echse. Das ist big mit... Es tut mir leid. Oh, Essen. Okay, nice. So. Holz, Holz, Holz. Emergency-Button. Okay, warte. Check, check, check. Das schauen wir uns sofort an. Aber vorher muss ich hier ganz kurz... Gib mir kurz Zeit. Zeit. Nein! Aber ich kaper. Ich muss da ein bisschen aufpassen. Meine Gold-Axe, die hält natürlich auch jetzt auch nicht unendlich. Smooth-Sun-Storm benutzen wir mal, um uns da zu diesem Raumschiff zu bauen. Das ist Essen. Das können wir hier. Okay, check, check. Emergency-Button. Etwas... Versuche es nochmal zu platzieren. Etwas ist schiefgegangen. Ich habe nicht noch einen. Wie soll ich es denn nochmal... Ah, hier ist er. Hier ist er. Okay, let's go. Nochmal, nochmal. Nochmal. Okay, ich muss den vielleicht... Ah, ich muss den hier drauf platzieren. Okay, check. Oh nein. Was passiert, wenn ich jetzt da drauf drücke? Okay, ich habe Eisenschuhe bekommen. Okay. Oh, es ist jetzt nichts Besonderes. Der fängt dann an zu schießen. Droppt der dann eine Menge Items? Okay, jetzt gab es noch nicht... Warte mal. Wir müssen mal... Ja, wie sollen wir jetzt... Ja, ich könnte mich runterfallen lassen. Und dann... Okay, warte, mache ich. Warte. Und go. Hä? Ich bin geflogen, glaube ich. Das ist doch übel komisch. Mann. Okay, ich bin wieder da. Okay, check. Hopp, hopp, hopp. Was ist das da? Okay, check. So. Und jetzt brauchen wir noch einen Block. Wartet. Oh mein Gott, was ist das? Ein Suspett. Da setze ich doch gerne mal in Spawnpunkt, Junge. Das ist geil, ey. Okay. Hey, warte mal. Du bist zu Sus zum Schlafen, steht da im Chat. Das ist geil. So, warte. Jetzt können wir Folgendes machen. So, und jetzt mache ich nochmal den. Warte, was passiert dann. Okay, hier ist überwild aus, Alter. Ich glaube, der gibt mir Effekte. Ach, der gibt mir Effekte, der Button. Ja, dann sollte ich den aber vielleicht, kann ich den abbauen? Dann sollte ich den vielleicht eher als so Kampfobjekt benutzen. Checkt ihr? Falls ich da... Killed Instant Zassbogen. Okay, der Zassbogen scheint ein ganz normaler Bogen zu sein. Check. Okay. Aber ich kann irgendwie Pfeile multiplizieren mit dem Ding offensichtlich. Was ist der Kill-Button? Der killt mich oder wie? Oh nein! Okay, der ist zum Schmeißen. Das ist wie so ein Kill-Trank. Das ist wie so ein Kill-Trank zum Schmeißen. Und naja, ich habe ihn ins Nichts geschmissen, weil er bekannt ist. Aber der will nicht wahr sein. Okay. Vitalhose. Die ist sehr, sehr stark. Und wir haben einen weiteren Block, den wir benutzen können, um uns hier weiter Richtung Raumschiff zu bauen. Wir bauen weiter die Blöcke ab, Leute. Oh, ich habe wieder einen Kill-Button. Nee, Sabotage-Feuerzeug. Zass-Axt. Weil ich jetzt mache erst mal meine Spitzhage kaputt. So, weiter. Wir bauen uns erst mal. Erst mal bauen wir uns. Ich würde sagen, das behalten wir. Das ist nämlich Essen. Essen kann man immer gebrauchen. Und jetzt sieht es tatsächlich auch schon Abige-Mau aus. So, was können diese Dinger? Das ist einfach eine Axt, die fresh aussieht. Und was ist das hier? Sabotage-Feuerzeug. Oh mein Gott, das war TNT, oder? Alter. Ihr Schweiß. Nee, Junge. Aber auch geil, ey. Okay, Checks. Auch ein gutes Werkzeug, definitiv. Problem ist jetzt nur, ich habe jetzt keine Spitzhacke mehr. Das heißt, ich muss jetzt hier mit der Hand wieder abbauen. Das ist auch gar nicht so geil, leider. Eisenhelm. Na, können wir nicht gebrauchen, leider. Okay. Wir brauchen Blöcke. 20, 30 Stück. Easy. Bedrock. Neues Item. Sass-Bedrock. Das ist bestimmt besonders, oder? Aha. Es ist einfach Bedrock, was ich abbauen kann. Aber ist das, hört sich nämlich wie Kies an. Ist das Kies? Nee. Interessant. Okay, check. Wir sollten das mal zu Essen verkraften. Sonst verkrafte ich das hier auch alles nicht mehr. Eine Kiste wäre so gesehen auch gar nicht verkehrt. Der Sass-Meter ist halt doch relativ fortgeschritten. Guckt mal. Der steigt mit jedem abgebauten Block so einen Millimeter. Aber wenn ich Items finde... Ich glaube, der steigt nur, wenn ich Items finde. Das ist es. Seit mir fehlen noch so zwei, drei Sass-Items. Und dann ist der Sass-Meter voll. Was dann passiert, Leute? Ich kann es euch beim besten Willen auch nicht sagen. Oh, Spitzhacke, 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 Spitzhacke. Ja, Abfahrt. Oh. Ja, okay. Oh, nein. Das war nicht mein Absicht. Oh. Ach so, das ist ein Wolf. Alter, ich dachte, was ist das? Also, ich habe ein Item gefunden. Das ist das hier. Ah, das Sass-Schwert. Ja, ich habe ja jetzt nichts anderes, wo ich es ausprobieren könnte, sage ich mal. Nee, ich probiere es nicht aus. Ist okay. Ist okay, Freunde. Ist okay. So, ich habe aber jetzt wirklich eine Menge Blöcke. Ja, ja, Ise. Ich weiß doch. Das ist ja auch jetzt nicht unbedingt meine Wunschposition, um zu leben. Deswegen bauen wir uns doch auch so diesen geilen Raumschiff. Bist du denn, Jack? Ja, das war es aber dann auch schon mit Sachen, mit Blöcken, meine ich, die ich habe. Aber wir nähern uns. Wir nähern uns. Esel. Immer schön die Ohren steif halten. Verstehst du? Oh, jetzt werden wir aber langsam zu... Oh, eine Eisenspitze. Was ist das? Was ist das? Okay, next. Das kann weg. Und jetzt lege ich mal mit Eisen los. Oh, nee. Jetzt werden wir das ein bisschen zu viele Esel hier, aber... Oh, neues Item. Ein Band. Alter, wie cool. Jetzt bin ich unsichtbar. Okay, funktioniert nicht, weil ich wahrscheinlich die Rüstung anhabe. Aber ich habe den Unsichtbarkeitseffekt. Jetzt gehe ich hier... Oh mein Gott, ich kann fliegen, aber nur begrenzt. Alter, da kann man fliegen? Ja, irgendwie, ich bin... Ah, jetzt. Okay, man muss in den Band rein, da kann man fliegen. Das ist auf jeden Fall sehr stark. Ja, da ist irgendwas. Da ist was. Da ist ein Special Block. Ich habe auch viel zu viel Kram. Eine Sass-Pigaxe. Oh, die ist geil, die ist geil, die ist geil. Wir haben so viele Blöcke. Und ich habe auch zu viele Dierechse. Das habe ich, das brauche ich nicht. Das brauche ich alles nicht. Also weg. Hier machen wir uns mal schön Blöcke draus. Wir sollten aber mehr als genug Blöcke haben. Und wir brauchen, glaube ich, auch nur noch zwei Sass-Items. Jetzt müssen wir mal nach rechts ein bisschen zum Eingang. Ja, noch weiter. Es ist schon sehr, sehr weit. Meine Blöcke werden nicht ausreichen. Ich bin jetzt hier jetzt auch schon am Ende, Leute. Ja, reicht immer noch nicht. Mann, ist das weit, ey. Das sieht gar nicht weiter aus. Oh. Man lauft, wenn man so klein ist als rote Morgazigur. Das ist auch schwierig, muss ich ehrlich sagen. Jetzt hier die Spitzhacke. Hä? Wieso leuchtet er? Okay, let's go. Gib mir noch die zwei verbleibenden Sass-Items. Ja, es sieht schlecht aus, Leute. Bisher kam nichts. Eine Kuh. Schlecht. Können wir aber jetzt gar nicht gebrauchen. Ich muss natürlich auch diese Items aufsammeln. Das ist natürlich auch irgendwo wichtig. Eine Protection... Das war's dann leider auch mit meinen Haustieren. Ähm. Ähm. Das kann man doch auch nicht wissen. Dass da ein Feuersturm ausbricht, wenn man dieses verdammte Ding anzieht. Wo soll man das denn riechen? Das stand ja jetzt auch nicht in der Beschreibung drin. Okay, wäre jetzt einfach bitter gewesen, wenn es wirklich drin gestanden hätte. Ich hatte ein bisschen Angst, aber es steht zum Glück nicht drin. So. Wir sind jetzt hier ready und können jetzt hier rüber. Wir sollten auch eigentlich genug Blöcke haben. Wenn ich hier so gucke. Wir haben nämlich noch ein paar Stämme. Es reicht nicht. Es ist wirklich so weit. Krank. Das letzte Item kommt. Eins fehlt noch. Es könnte fehlen. Wir haben eine Axt. Eine Schaufel. Eine Sass-Schaufel. Jetzt habe ich wieder nicht alles ein. Zieh mal an. Kann weg. 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 Perfekt. Ich schmeiße den Müll auf die Insel. Verdammt nochmal. Eigentlich kann hier alles weg. So, was wir logischerweise nicht brauchen. Das sind halt alles Blöcke. Die würde ich schon gerne behalten. Wir müssen einfach die Augen aufsperren, falls wir sehen, ob hier irgendwas Besonderes rauskommt. Aber es könnte ja wieder Bedrock... Das könnte ja auch wieder Bedrock sein, dass man gar nicht sieht, dass es ein Special Block ist. Auf den ersten Blick, wisst ihr. Aber bisher sieht das alles... Oder man kriegt den letzten Sass-Meter-Block aus dem Raumschiff. Das würde natürlich auch irgendwo Sinn machen. Also das letzte Item lässt sich jetzt ein bisschen auf sich warten. Hm. Oh mein Gott, ich habe mich gerade gestrickt, ey. Ich habe eine neue Seite gefunden, während ich abgebaut habe. Ah, hier. Oh, her Reportstick. Was ist das? Ja, will ich das hier auf meiner Hauptinsel machen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Müssen wir mal ganz kurz testen, dass der Reportstick kann. Ich kann nochmal, glaube ich, ich kann einfach den Sound abspielen. Ja, ist geil. Das ist sehr cool. So, lass mich ganz kurz hier aufrollen. Ein bisschen Blöcke behalten wir, um uns rüber zu stacken. Aber, okay, den behalten wir natürlich auch so. Und ich habe aber, stand im Chat auch, mit dem Kameramonitor, den ich bekommen habe, kann ich jetzt... Oh, jo. Hey, guck mal, da ist ein Mogas-Character. Der beobachtet mich, glaube ich. Oh, oh. Kann ich jetzt in verschiedene Kameras hier reingehen und Sachen im Schiff... Warte mal, da stand irgendwas. Stand da? Freischalten. Okay, weiß ich nicht. Ah, okay, hier ist auch nochmal einer. Sieht aber so alles im Allem auf diesen einroten Mogas-Character sieht das relativ leer aus, das Schiff. Ich glaube, da können wir drauf, ohne dass uns direkt über Herobrine eine Mogas-Sass-Character, glaube ich, auseinander nimmt, ne? Das ist ja gar kein Eingang, sehe ich gerade. Ich dachte, das ist ein Eingang. Na gut, egal. Oder geht's gerade aus. Und da fällt mir jetzt auf, die Blöcke reicht nicht. Außer ich hab Glück. Ja. Ja, wir müssen nochmal zurück. Vielleicht mit dem, ähm, Wend hochfliegen. Das ist ja auch... Auch eine Taktik, ne? Oh. Oh, weil ich das Pferd nicht treffen wollte. Baue ich hier nervig meine Insel ab. Ähm. So, das sollten genug Blöcke sein. Hm. Vielleicht sagen wir dem roten Mogas-Kollegen ja mal guten Tag, ne? Hm. Äh. Hä? Alarm aktiviert! Oh mein Gott, der hat mich gesehen! Das ist ein Wachmann. Okay. Alarm wieder reduziert. Okay, das heißt, der darf uns nicht sehen, der Typ. Okay, ich check. Junge, das ist ja doch komplexer hier rein. Wie komm ich denn da? Okay. Das heißt, ich kann mich jetzt ja auch nicht einfach reingraben. Ah, hier ist ein Eingang. Okay, 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 okay. Hier kommt man doch nur als Among Us-Character rein, weil es sonst zu flach ist. Kiste? Code Breaker! Okay. Oh, der darf mich jetzt nicht sehen, ne? Okay, Code Breaker, Code Breaker. Was ist das hier für? Aber die Tür ist zu. Welchen Code ist das hier? Das ist ein Code. Ich meine, ich habe nur eine 33-prozentige Chance, dass es hinhaut. Jetzt, mein Gott, beim dritten Versuch, ey. So, jetzt sind wir endlich im Vent. Weiter, 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 weiter. Ab durch den Vent, Benson. Das kennst du doch alles. Okay, hier, weiter, weiter. Wo komme ich jetzt raus? Kann ich das breaken? Ah ja, okay, check. Ähm. Wo ist mein Messer? Postarmesser? Nimm das! Oh. Okay. Oh Gott. Da ist eine Kamera. Wir sollten vorsichtig sein. So, wo geht es hier lang? Okay. Hier sind Schalker-Kissen. Ist das hier irgendein Secret drin? Nee. Was steht hier? Shields Communication. Ah, ist doch scaled. Okay, geil, 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 geil. Okay, was muss ich jetzt machen als nächstes? Da ist eine Kamera, die haben wir aber unter Kontrolle. Vielleicht Reaktor explodieren lassen? Okay, es sieht jetzt hier nicht unbedingt danach aus in diesem Raum. Was ist das da unten, Alter? Das sieht mir auch baba-wiesig, Schatz, wiesig aus. Also, sie sind verschiedene Hebel, aber... Okay, ich gucke erst mal weiter. Ich gucke mal weiter. Ich hoffe, dass uns einfach keiner beobachtet in diesen Kameras. Was steht hier? Storage. Shields reagieren nicht. Emergency. Ja, ich komme hier nicht durch. Ja, Leute, wir müssen Shields reparieren. Okay, war hier nicht... Hier war doch Shields. Hier war Shields. Aber... Ah, hier ist eine Task jetzt gespawnt. Okay, let's go on. Attack, 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 Attack. Wir sind die Shield-Tasks. Was müssen wir machen? Okay. Benutze deinen Bogen, um die roten Gläser grün zu schießen. Okay, check. Aber hier ist doch... Okay, wartet. Zack. Zack. Oha, wie cool. Und... Ja, hier ist aber... Warte, ich muss dran vorbeischießen. Hier sind Barrier-Blöcke oder so. Hier. Yeah. Und damit haben wir Shields repariert. Und jetzt sollten wir durch diese Tür da hinten kommen. Warte mal, das war hier, oder? Ja, die ist offen, die ist offen. Yo, das haben wir nice gemacht. Let's go. Die Tür war gerade zu. Die ist jetzt offen. Das muss dann Storage sein. Hier rennen doch safe schon wieder die nächsten Crewmates rum. Wir müssen ja alle Crewmates killen. Sonst wird unser PC zerstört. Erinnert ihr euch? Ganz am Anfang, wo du das gesagt hast. Bisher haben wir aber nur einen Crewmate. Wo sind die anderen alle? Okay, wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Hier, hier. Okay, wir können einmal hier zu Admin. Admin ist aber verschlossen. Okay. Das heißt, wir gehen hier lang ab zu Electrical. Wir sind jetzt hier in Storage. Ich kenne die Map ja auswendig. Aber hier ist auch eine Task hier vorne. Aber die muss ich nicht machen. Okay, dann guck mal, guck mal, was hier ist. Let's go, let's go, let's go. Electrical sind doch immer Crewmates. Electrical, hier ist Electrical. Oh mein Gott, Electrical. Oh mein Gott. Da ist der nächste Crewmate. Oh nein, Lila hat nicht reportet. Seh ich ihn? Ich muss Electrical sabotieren. Oh mein Gott, wo bin ich? Ich seh nichts. Das ist mit Zeit. Ich bin in Electrical jetzt quasi drin. Ich muss fünf Redstone-Lampen kaputt machen. Ja, aber ich seh... Hier ist eine. Erste. Ich seh halt nichts, ne? Ich bin so zappenduster blind, Alter. Ich hab erst eines in fünf. Mann, das Redstone führt da auch nicht hin zu denen. Zwei, zwei, zwei. Big. Hier ist safe eine dritte. Es ist halt bestimmt nach Farben, oder? Ja, wo weiß ich nicht. Hier vielleicht am Anfang irgendwo. Das sieht mir auch sehr sass aus. Hier, hier, hier. Hier in der Ecke vielleicht. Nee. Oh, oh. Ich hab noch 28 Sekunden, Leute. Das könnte da doch, äh... Ah, zack. Big. Geht's hier weiter? Nee. Noch nie so... Ah, hier. Ich hab alle fünf, oder? Oder hab ich vier? Ich hab dich mitgezählt. Warte, ich kann alle aufsammeln. Drei hab ich im Inventar, aber... Ich glaub, dann waren es nur vier. Einen hab ich nicht aufgesammelt, wahrscheinlich. Noch vier Sekunden, denn ich schaff es nicht. Oh, die letzte. Der Timer war auf null. Puh. Purple, du wolltest mich reporten, ne? Jetzt bist du dran, Junge. Also, damit hat er jetzt tatsächlich sein Leben gerettet. Ähm... Herr Lila? Herr Lila, ich will nicht, dass mein PC zerstört wird. Könnten Sie sich bitte von mir... Mann, wo hat der Atze sich denn jetzt hinteleportiert? Hier irgendwo hin? Hallo? Okay, es geht weiter. Lower Engine jetzt. Das ist H genau, wo wir sind, Leute. Ich kenn das. Ich kenn die Maps auswendig. Hier ist Lower Engine. Das sieht relativ unspektakulär aus. Ich seh jetzt auch nicht, dass hier ein Crewmate wär. Mann, die PC ist brandneu. Der war arschteuer. Der darf nicht explodieren. Ich sag' ehrlich. Kamera, Kamera. Hier ist Candy hier. Emerge. Ist hier Cameras? Nee, nix. Reaktor. Hier ist Reaktor. Sabot... Ah, okay. Oh, geil. Ich kann mit dem Tool jetzt hier Reaktor sabotieren. Aber wo? Ist hier drauf einfach? Wo mach ich das? Oh, Reaktor! Ja! Wir zerstören das ganze Raumschiff. Okay, wir müssen weiter, 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 weiter. Oh mein Gott, da ist er. Da ist er, Purple. Der ist einfach langgelaufen auf Chilo. Ich muss den auch kriegen, ne? Mann, der hat zwei Hits überlebt. Okay, Alter. Also Reaktor ist hier übel am Überkochen. Wir müssen weiter, 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 weiter. Keine Zeit für Purple. Wenn das Raumschiff am explodieren ist, dann schläft er sowieso. Alles gut. Weiter, 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 weiter. Aber dieser rote Haupt... Hier ist alles am explodieren, Leute. Das Raumschiff ist komplett im Arsch. Oh mein Gott, wir müssen zurück zur Cafeteria, bevor unser Sauerstoff weg ist. Weil ich im verdammten Weltraum jetzt bin. Oh Gott, oh Gott. Da oben ist ein Timer. O2, seht ihr das? Der geht schnell runter. Bin ich nicht in der Cafeteria, sag mal? Meeting Room. Äh, war das hier nicht der Meeting Room? Ähm, Leute? Wend, 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 um die Tür zu durchqueren. Hier ist kein Wend. Ach, ich mein, das, das mein ich mit Wend. Yo. Oh, ich bin Cafeteria. Uh, 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 okay. Alter, Schwede, dafür war der Wend gut. So, die hatte ich ein im Inventar. Damit konnte ich durch die Wand fliegen. Boah. Das ist dann wohl der letzte Endgegner, Freunde. Okay, wartet, wartet, wartet. Äh, ja. Boah, die Busplatte vielleicht. Report Stick. Egal, das Impostor-Nive hat bis hier einen guten Job gemacht. Das wird schon reichen, oder? Puh. Puh. Attacke auf den roten Impostor, den Atzen von hinten. Oh, ich kann. Der hat mich gemerkt, der hat mich gemerkt. Der rennt weg. Bleib stehen, du bist der letzte lebende Crewmate. Der ist schwer. Ich krieg ihn nicht. Jetzt. Nein, Bruder. Oh, Mann, ey. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Jetzt hab ich ihn, jetzt hab ich ihn. Ja. Wir haben... Hä? Ähm. Zastru... Äh. Du bist der Impostor. Und ich habe dich erta... Äh. Äh. Warum ist das ein roter Morgas fliegendes Rache, Junge? Sieht cool aus. Ey, auf mich zu schießen, jo? Oh mein Gott, okay. Wir machen hier ein bisschen Action. Äh, warten bis er landet. Und dann ziehen wir Brustplatte an. Die wird eh Überschaden machen. Und dann ist er fällig, Leute. Der dürfte nicht mehr viele Hammer da oben noch. Aber der zu treffen wird schwer. Warte mal, ich weiß, wie ich den treffen kann. Ah, ich hab keinen Wendt mehr. Ich hätte mit Wendt halt einfach in die Luft fliegen können. Das wäre geil gewesen. Ah, der letzte. Einer noch, Leute. Hier. Der hier. Und den sollten wir haben. Nice, das haben wir alle. Und jetzt lande, Kollege. Junge, sieht der aber cool aus, ne? So weit. Ach, der hat noch einen. Höher, sorg da. Ich mein, was für eine Reichweite hat dieses Teil hier? Junge, wenn der hier nach unten kommt. Ich fetz den so weg, Alter. Diesen Kagumat, Alter. Vor allem, ich sehe halt schlecht mit dem Bogen jetzt, ne? Man muss halt immer in Bewegung bleiben. So sieht man instant nichts. Ja, nee, die können wir hier nicht carryen, Alter. Die können wir uns meistens anziehen, wenn der unten auf dem Boden ist. Aber der macht jetzt nicht unbedingt den Eindruck, als ob er landen will. Jetzt landen, oder? Nee. Doch, er landet. Passt. Jetzt ein paar dicke Bogenhits noch geben. Junge, es sieht so komisch aus. Okay, check. Brustpart an. Okay, die Brustpart haben leider keinen Schaden. Das ist ein Schirm. Okay, naja. Oh, man kriegt keinen Fallschaden mit der. Das ist ganz geil. Habe ich nicht eine stärkere Waffe? Das Schwert ist stärker. Das sollte man mehr benutzen. Okay. Wir haben ihn die Hälfte abgezogen. Ist nicht schlecht. Passt. Eins. Zwei. Schade. Drei. Vier. Also manchmal trifft man ihn so komisch. Er landet wieder. Jetzt Bogenhits geben, da können wir für den Finisher gehen. Jeder Schuss sitzt. Nice. Mann. Nervt mich. Ey. No, 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 no. Wartet. So. Eine Attacke. Ja, ich kriege eh keinen Fallschaden. Sonst sind sie von mir. Oder? Äh. Oh, Herr, Gott sei Dank. Ich habe null Schaden gemacht. Den zu treffen ist aber tatsächlich auch gar nicht so einfach irgendwie. Also das checke ich gerade auch irgendwie nicht ganz. Ich komme da nämlich. Ja, nervt doch mal nicht. Ich komme da nicht ran. Jetzt. Ne, ich kriege Schaden. Der kriege ich aber auch Schaden. Oh, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Hei, hei, hei. Karra, Mann. Die Mama, die Mama, die Mama, die Mama. So. Okay, der hat nicht mehr viel Energie. Das sollte jetzt mit Bogen reichen. Wo ist er? Da. Mann, ich kriege den. Der fliegt immer höher. Komm her jetzt. Oh. Ja, auf dem, wie soll ich den denn treffen? Der fliegt so hoch. Ich kann ihn nicht mehr richtig sehen, Alter. Er landet. Und das ist sein Fehler. Direkt ein paar Pre-Hits. Ich sag, ich lass den nicht mal landen, Leute. Die Sniper-Rifle hat nämlich anvisiert. Okay, Cringe. Bitte, 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 bitte. Ich will nicht wieder an Nahkampf. Das war übelnervig. Ah. Egal, das sind zwei. Jetzt war er auch ganz schwer, bevor er mir noch wegkippt und ich sterbe. So. Zaaaaaack. So nämlich, meine Freunde. Das war's mit dem Monas. Zass, Enderdrache. Weg mit dir. So. PC gerettet, sag ich. Aber wer mich jetzt aus dieser verdammten Welt befreit, da ist auch mal ein ganz großes Fragezeichen da. Schade. Leute, das war Minecraft Ava auf einem Sasse-Mongas-Blog. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Abonniert auch den Kanal gerne. Vergesst nicht jetzt in die Videobeschreibung zu schauen. Erste Zeile, zweite Zeile, dritte Zeile. Banks.shop. Denn dort könnt ihr jetzt den offiziellen Ampelkrieger-Clan-Hoodie kaufen. Wird mich sehr freuen. Vorbestellen, richtig. Bis morgen, euer Benson. Ciao. Ciao.